SWR 1 Leute Neid, der Radiotalk im SWR Fernsehen. Matthias Reich ist Professor für Bohrtechnik. Er hat in den letzten Wochen nach der Ölkatastrophe am Golf von Mexiko sozusagen eine zweite Karriere als Medienexperte gemacht. Und wir sind aus diesem Grund froh, dass er heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute ist. Guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen. Haben Sie viel gelernt über die Medien in den letzten Wochen, Herr Reich? Ja, es ist hochinteressant. Es ist eine Welt, die mir vorher völlig verschlossen gewesen ist. Und überall gibt es was zu sehen. Man lernt auch was. Die ersten Auftritte im Fernsehen, da hat man hinterher gesagt, wie gucke ich denn da? Und jetzt versucht man halt ein bisschen anders zu gucken. Ja, auch wenn der Anlass eigentlich ein trauriger ist, ist es für Ihr Metier nicht auch irgendwie eine Chance, ein bisschen in die Öffentlichkeit zu kommen und zu erklären, was man da eigentlich so macht und treibt? Das kann man eigentlich so sagen. Wir Ölbohrer, wir führen so ein Leben im Dunkeln. Wir bohren tief in der Erde und niemand versteht was davon. Normalerweise nimmt uns keiner wahr. Jeder braucht Energie und niemand macht sich Gedanken darüber, wo die herkommt. Und eigentlich bemerke ich schon, dass die Leute sich jetzt plötzlich dafür sehr interessieren, muss viele Fragen beantworten. Und viele Leute sehen dann auch, dass wir eigentlich eine ganz interessante Sache machen. Wann waren Sie denn zuletzt auf einer Ölplattform? Auf einer Ölplattform war ich vielleicht das letzte Mal vor sechs, sieben oder vielleicht auch vor acht Jahren. Ich bin dann später so mehr im Marketing gewesen und bin jetzt seit einigen Jahren an der Universität. Wie ist es auf einer Ölplattform? Es ist sehr aufregend. Das ist das Beste, was ein Erdölingenieur passieren kann. Alle möchten unbedingt mal auf einer Bohrinsel arbeiten. Schon alleine das Einfliegen mit dem Hubschrauber und dieses ganze Hightech-Kram, was man da so sieht, das ist schon super spannend. Was haben Sie da jeweils auf Ihren Ölplattformen gemacht? Ich selber war, also wenn ich ein Autofahrer wäre, würde man sagen, ich war ein Testpilot. Ich habe viele neue automatische Bohrsysteme ausprobiert und die musste ich dann eben auf verschiedenen Bohrinseln rund um den Globus die Ersteinsätze fahren und beobachten. Diese Einsätze waren in der Nordsee oder auch am Golf von Mexiko? Im Golf von Mexiko nicht direkt. In den USA viel an Land. Ich war aber auch in der Nordsee oft auf Bohrinseln und auch im Thailand und vor Afrika und so weiter. Wie informieren Sie sich aktuell über die Lage am Golf von Mexiko? Internet ist klar, Zeitungen, Medien ist auch klar. Haben Sie noch persönliche Kontakte zu irgendwelchen Wissenschaftlern vor Ort? Es ist ganz schwierig, weil die betroffenen Firmen sich eigentlich, je ernster die Lage wird, umso mehr schotten die sich ab. Man kriegt eigentlich keine Direktinformationen, außer über die BP-Homepages und deswegen muss ich mich dann auch eigentlich an das halten, was ich so kriege. Am interessantesten sind vielleicht die Berichte, die am Anfang, kurz nach den offiziellen Verhören im Internet zu lesen waren, aber die sind leider auch inzwischen alle rausgenommen worden. BP, so war zu lesen, soll in letzter Zeit zwölf namhafte internationale Forscher gekauft haben. Gehören Sie dazu? Mir hat noch keiner ein Angebot gemacht. Bringt sowas etwas? Lassen sich da Informationen auf diese Art und Weise tatsächlich unter Verschluss halten? Ich weiß es nicht. Ich denke mal, früher oder später kommt alles raus. Und es ist ja, man ist ja klug beraten, wenn man jetzt nicht versucht, irgendwas zu verheimlichen, sondern die ganze Industrie kann eigentlich von diesen Sachen lernen. Jedes Problem, jede Katastrophe bietet auch eine große Möglichkeit für alle Betroffenen, was dazuzulernen, damit in Zukunft sowas nicht mehr passiert. Und es gibt ja jetzt ein Konsortium, ich glaube von vier großen Öl-Multis, die eine Milliarde Dollar bereitstellen wollen für den Fall, dass wieder sowas passiert, dass man dann besser gewappnet ist. Das ist eine gute Idee und eigentlich hätte man das schon vor der Ölkatastrophe machen sollen. Matthias Reich ist Direktor des Instituts für Bohrtechnik an der Technischen Universität Freiberg. Er weiß alles oder fast alles über Tiefseebohrungen und damit natürlich auch Bescheid darüber, was am Golf von Mexiko passiert ist. 20. April, Explosion von Deepwater Horizon. Herr Reich, weiß man inzwischen einigermaßen gesichert, wie viel Öl bislang ausgetreten ist? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Angaben, aber wenn man mal so guckt, welche Zahlen am häufigsten auftauchen, dann kann man das zurückrechnen auf einen Würfel von 90 mal 90 mal 90 Meter Kantenlänge. Also das ist was Anschauliches, da kann man sich vielleicht was darunter vorstellen. Ungefähr so viel ist bis jetzt ausgetreten und ins Meer gelaufen. Dann gibt es noch eine Vergleichszahl, wie viel Öl verbraucht die Menschheit am Tag? Ja, da habe ich dann natürlich gleich auch mal weitergerechnet. Die Menschheit verbraucht am Tag ungefähr 75 Millionen Beryl Öl. Ein Beryl ist 159 Liter und wenn man das mal als Würfel ausrechnet, ist es ein Würfel von 220 Meter Kantenlänge. Also was bis jetzt im Golf von Mexiko ausgelaufen ist, entspricht so knapp 10 Prozent des Tagesbedarfs der Menschheit. Seit zwei Wochen sitzt oder hockt eine neue Stahlglocke über diesem Leck. Sind die Probleme damit erledigt? Ne, sind sie nicht. Man hat also gewissermaßen am Meeresboden das Loch erstmal zugemacht, aber die Lagerstätte ist ja vier Kilometer tief unter dem Meeresboden und der Druck, der so tief unten in der Erde herrscht, der versucht jetzt nach oben aufzusteigen und den Deckel wieder abzuheben. Deswegen muss man die Bohrung beobachten. Der Druck steigt langsam, aber sicher immer weiter an. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn wenn der Druck ansteigt, dann ist die Bohrung ja dicht, also nicht beschädigt. Wenn der Druck entweichen würde, das wäre so ähnlich wie ein geplatzter Fahrradreifen. Wenn der Druck weggeht, ist irgendwo ein Loch und dann würde das Öl sich einen anderen Weg suchen, würde vielleicht aus Rissen aus dem Meeresgrund hervorquellen. Das wäre natürlich der schlimmste Fall, da kann man nämlich dann gar nichts mehr machen. Das war ja auch die Befürchtung vor dieser Aktion, dass man gesagt hat, möglicherweise tritt dann das Öl an anderer Stelle aus. Weiß man denn gesichert, dass das Öl an anderer Stelle nicht ausgetreten ist bisher? Man hat irgendwo Gasblasen und ein paar, ein bisschen kleine Ölmengen austreten sehen und hat dann sofort gedacht, oje, hier ist wahrscheinlich was kaputt gegangen. Aber die Untersuchungen haben ergeben, dass das nicht von dieser havarierten Bohrung stammt, sondern dass das irgendwelche anderen Bohrungen sind, die schon seit Jahrzehnten da verschlossen auf dem Meeresboden liegen. Die sind vielleicht nicht ganz dicht. Also die Bohrung, um die es hier eigentlich geht, die scheint bisher alles auszuhalten und scheint dicht zu sein. Aber man muss ja jetzt versuchen, diesen Druck aus dem System rauszukriegen und deswegen versucht man jetzt den Bohrkanal zwischen Meeresboden und der Lagerstätte, also diese Bohrung von vier Kilometer Länge, die versucht man jetzt mit einer schweren Flüssigkeit zu füllen, die durch ihr Eigengewicht so stark nach unten drückt, dass das Öl darunter nicht genug Kraft hat, sich vorbei nach oben zu mogeln. Das sind diese berühmten Entlastungsbohrungen, die für den August angesetzt sind und das Problem dann endgültig und final lösen sollen. Richtig. Und die sind nicht für den August aber angesetzt, sondern die sind seit Anfang Mai in Arbeit und werden jetzt in Kürze vollendet, weil es nämlich ein sehr anspruchsvoller Job ist, so eine Entlastungsbohrung zu bohren. Die geht leider nicht schneller. Aber wir sind praktisch jetzt am Ziel angekommen. Sind Sie nach all diesen Rückschlägen trotzdem guter Hoffnung, dass das Problem jetzt endgültig gelöst werden kann? Die Entlastungsbohrungen waren von Anfang an eigentlich das, worauf man gehofft hat, dass man damit das Problem endgültig löst. Jetzt ist man fast soweit. Die Menschen hätten aber wenig Verständnis dafür gehabt, wenn man inzwischen gar nichts versucht hätte und deswegen hat man vorher andere Methoden ausprobiert wenigstens. Wie, Herr Reich, wird man Professor in Ostdeutschland? Ui, das war in meinem Fall eher eine Kette von Zufällen. Ich war in der Industrie ziemlich lange, fast 20 Jahre und bin dann auch manchmal zu Universitäten gefahren und habe da Gastvorlesungen gehalten, also über die Bohrtechnik natürlich. Und in Freiberg in Sachsen, das ist bei Dresden, da gibt es auch eine Universität, wo man Petroleum-Ingenieur werden kann, also Erdöl-Ingenieur. Und da hat mir das gleich von Anfang an irgendwie gefallen. Ich wüsste jetzt gar nicht, was es genau gewesen ist, aber ich mochte es. Und man hat mich dann gefragt, ob ich nochmal einen Vortrag halte und dann irgendwann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da Bohrtechnik-Professor zu werden. Und so ist es dann gekommen? So ist es dann gekommen. Hat noch zwei Jahre gedauert, bis das soweit gewesen ist. Ich musste zwischendurch sogar noch promovieren, um überhaupt mich bewerben zu können. Das war sehr anstrengend, aber ich bin jetzt auch gerne an der Uni. Macht Spaß mit Jungen. Wie groß war die Umstellung von Deutschland-West nach Deutschland-Ost? Ich denke mal, die größte Umstellung war, das Haus aufzugeben, das, was man hatte, wieder zur Miete erstmal zu wohnen, übergangsweise. Das waren so die Sachen, die vielleicht ein bisschen anstrengend waren, aber rein menschlich. Kinder einpacken und mitnehmen. Kinder einpacken und mitnehmen, Schulwechsel des Sohnemanns. Aber die Leute in Sachsen sind sehr, sehr offen, sehr freundlich und da kann man wirklich sehr gut leben. Lassen Sie uns ein bisschen darüber reden, was an diesem 20. April am Golf von Mexiko passiert ist. Warum ist Deepwater Horizon in die Luft geflogen? Das ist auch nicht so ganz einfach zu erklären, aber um es mal möglichst einfach darzustellen, die Bohrarbeiten waren ja längst abgeschlossen. Man hat eine Erkundungsbohrung gemacht, das heißt, man hat eine Lagerstätte vermessen wollen, das heißt, man hat mal geguckt, wie dick die ist und so weiter. Und jetzt sollte diese Bohrung wieder aufgegeben werden. Dazu muss man die Bohrung verschließen, dicht machen und die Bohrinsel abziehen, das Verbindungsrohr zwischen Meeresboden und Bohrinsel wieder ausbauen und vorher die Spülung absaugen. Und da hat man wohl einige Sachen ein bisschen übereilt gemacht. Die Bohrinsel hatte schon über einen Monat Verspätung. So ein Tag auf einer Bohrinsel kostet viel, viel Geld und ich habe den Eindruck, dass man da jetzt ein bisschen überhastet den Koffer gepackt hat und dabei ist das Ganze dann passiert. Dann sind ein paar Details zwischenzeitlich bekannt geworden. Die Alarmanlage ist offenkundig ausgeschaltet gewesen mit der etwas merkwürdigen Begründung, ein Fehlalarm könne ja die Männer an Bord nachts wecken. Ja, das ist in der Tat eine komische Begründung. Ich war ja selber auf Bohrinseln und es ist durchaus üblich, dass mindestens einmal pro Woche irgendein Alarm losgeht zu jeder Tages- und Nachtzeit und das ist üblich. Da meckert niemand rum, sondern das ist eine Lebensversicherung, dass das alles klappt. Ich habe eine andere Version gehört, dass diese Alarmanlagen abgestellt worden sind, weil man schon die Bohrspülung auf Tanker verpumpt hat. Was heißt das? Das heißt, diese Bohrspülung, die immer in dem Bohrloch sich befindet, um ein Gegengewicht zu dem aufsteigenden Öl herzustellen, die hat man schon abgezogen. Die kostet ja viel Geld, die will man nicht einfach wegschmeißen und wenn man die Spülung abpumpt, dann blinken und piepen immer die Alarme, die sagen, die Tankstände sind nicht in Ordnung und die hat man dann ausgeschaltet. Leider braucht man diese Alarme aber auch, um festzustellen, wenn ein Gaskick aus der Bohrung kommt und den hat man demnach erst zu spät feststellen können. Also viele Umstände, die eigentlich nicht passieren dürfen. Wenn wir über die Katastrophe am Golf von Mexiko reden, müssen wir aktuell festhalten, der BP-Chef tritt zurück zum 1. Oktober, wobei mir das persönlich auch nicht ganz klar ist, welche Funktion der in den nächsten zwei Monaten jetzt noch haben wird. Wissen Sie es? Das habe ich auch nicht verstanden, weiß ich nicht. Ansonsten Riesenverluste, Halbjahresbilanz und wie erwartet Riesenverluste für diesen Konzern? Denken Sie, der ist in seiner Existenz bedroht? Ich denke mal, das hängt stark von den nächsten ein, zwei Wochen ab. Wenn die Bohrung wieder verschlossen werden kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Wert ziemlich schnell wieder steigt. Wenn es nicht gelingt, dann kann ich mir vorstellen, dass er ein Schnäppchen wird für andere Leute, die den übernehmen können. Wie groß ist der Imageschaden für British Petroleum? Ich denke, der Imageschaden ist immens. Das Volk draußen hat den Eindruck gewonnen, dass die nicht wussten, was sie tun. Und ich denke mal, aber auch der Imageschaden für die gesamte Energiebranche ist ziemlich groß. Und die Leute vergessen dabei, dass die Energieindustrie, das sind eigentlich wir alle, jeder von uns braucht Energie. Und es ist eine einfache Sache zu sagen, die sollen sowas nicht machen, aber letzten Endes sind wir die Leute, die denen das Produkt abkaufen, nämlich das Öl und das Gas und das Benzin und so weiter. Warum haben faktisch alle Versuche nach diesem 20. April, nach der Explosion, diese Katastrophe zu beheben, nicht funktioniert? Das ist folgendermaßen. Also die eigentliche Maßnahme, die das Ganze wirklich beheben kann, ist die Entlastungsbohrung. Und die dauert nun mal ein Vierteljahr. Man hat sofort mit der Entlastungsbohrung angefangen. Inzwischen wollte man aber nicht untätig sein und hat verschiedene andere Sachen ausprobiert. Dabei muss man immer sehen, was man schnell zur Verfügung hat, hat eine relativ schlechte Aussicht auf Erfolg. Warum? Ja, weil das so hingefuschte Sachen sind. Es ist ein komplexes System, zum Beispiel die Absaughaube, die man als erstes runtergelassen hat, die ist zugefroren in gewisser Weise. Das war nicht vorherzusehen? Es ist im Prinzip vorherzusehen. Also man weiß, dass unter den Druck- und Temperaturverhältnissen, wie sie da unten im Meer herrschen, dass sich aus Gas und Wasser Gashydrate bilden. Aber man hatte eben gehofft, dass es vielleicht doch funktioniert, wenn es nur schnell genug abfließt, dass sich die Gashydrate vielleicht nicht bilden können. Man hat also am Anfang auf die Schnelle irgendwas probiert, was relativ kleine Aussicht auf Erfolg hatte. Und dann hat man aber von Stufe zu Stufe immer ausgefeiltere Lösungen gemacht. Die dauern aber immer länger in der Vorbereitung. Und deswegen ist jetzt im Rückblick festzustellen, dass erst die Wackelkandidaten eingesetzt worden sind und später immer bessere Lösungen eingesetzt worden sind. Bis hin zu dieser neuen Stahlglocke, die seit zwei Wochen auf diesem Leck sitzt. Ein Meisterwerk vermutlich der Ingenieurskunst? Naja, im Prinzip hat man nur wieder den Zustand hergestellt, der am Anfang auch da gewesen ist. Man hat jetzt wieder ein Sicherheitsventil auf dem Bohrlochboden, was man verschließen kann und öffnen kann. Und man kann auch Seitenventile öffnen und andere Substanzen reinpumpen ins Bohrloch oder irgendwas rauslassen. Alles das ist jetzt wieder möglich, was mit dem ursprünglichen Blowout-Preventer auch schon möglich war, als die Bohrung noch funktioniert hat. Wir haben die Mail eines Hörers bekommen, der sagt, Sie hätten falsch gerechnet. Sie haben eingangs der Sendung gesagt, auf die Frage, wie viel Öl ist ausgetreten am Golf von Mexiko, es sind 90 Meter mal 90 Meter mal 90 Meter. Und der sagt, das sei falsch. Ja, die Ölmenge, die wir zugrunde gelegt haben, ist dieselbe, 750 Millionen Liter. Und vielleicht kann jeder selber nochmal nachrechnen. Ich denke mal, so verkehrt war das nicht. Irgendwie muss man dann die dritte Wurzel ziehen zum Schluss? Man muss bedenken, dass ein Kubikmeter 1000 Liter hat. Und dann muss man die Kubikmeter in richtige Liter umrechnen. Und auch bei der Umrechnung von Kubikkilometer in Kubikmeter darf man auch keinen Fehler machen. Braucht man das spezifische Gewicht von Öl für die Rechnung? Ja, im Grunde genommen ja. Aber für eine überschlägige Rechnung reicht es, wenn man einfach davon ausgeht, dass das spezifische Gewicht wie von Wasser ist. Dann kommt man schon ungefähr in die richtige Größenordnung. Gut. Wir haben darüber gesprochen, auch in der ersten Stunde, dass Sie ja schon auf Ölplattformen waren, in Ihrer Eigenschaft als Ingenieur. Und da Teile ausgetestet haben. Auf wie vielen in etwa waren Sie im Laufe der Jahre? Es möchte wohl so ungefähr ein Dutzend sein. So viel. Da darf nicht jeder drauf. In meiner Naivität habe ich eingangs nur geglaubt, wenn man irgendwie ein paar Beziehungen hat oder möglicherweise auch ein bisschen Geld zur Verfügung hat, dann kann man so eine Ölbohrinsel mal besuchen. Aber dem ist nicht so. Nee, es ist ganz schwierig. Auch meine Studenten, die wollen natürlich am liebsten Praktikum auf so einer Ölbohrinsel machen. Aber auf eine richtige Bohrinsel darf nur drauf, wer nachgewiesenermaßen die ganzen Sicherheitstrainings absolviert hat. Das ist zum Beispiel Feuerlöschkurs, Erste-Hilfe-Kurs, Überleben im kalten Wasser, Bedienen von Rettungsbooten. Ja, das wird in Simulatoren geübt. Das Spektakulärste ist der Hubschrauberabsturzkurs. Da muss man in richtigen Simulatoren, in speziellen Ausbildungsschwimmbecken, sag ich mal, muss man nachweisen, dass man sich richtig verhalten kann, wenn der Hubschrauber, mit dem man zur Bohrinsel fliegt, abstürzt. Wie verhält man sich richtig, wenn ein Hubschrauber abstürzt und man drin sitzt? Man muss zum Beispiel Ruhe bewahren. Der Hubschrauber stürzt ab, weil der Rotor oben ist, kippt er meistens noch um. Und solange im Hubschrauber Luft ist und außen Wasser ist, weil der Hubschrauber schon untergeht, dann kriegt man die Notausgänge nicht aus. Also auch wenn man kopfüber untergeht und sich der Hubschrauber langsam mit Wasser füllt, muss man erstmal Ruhe bewahren und muss abwarten, bis das ganze Ausstiegsfenster von innen und außen mit Wasser gefüllt ist. Und erst dann lässt sich der Notausstieg öffnen. Und das muss man ganz oft üben. Je öfter man das übt, desto unwahrscheinlicher ist die Situation so, dass man Panik kriegt. Also man ist einfach sicher, wenn man das oft genug macht. Und wie ist das Praxistraining im eiskalten Wasser? Da muss man einfach lernen, wie man sich im eiskalten Wasser am besten verhält. In der Nordsee ist es so kalt, dass man normalerweise schnell erfriert. Das ist die größte Gefahr. Und die meisten Leute denken, wenn man sich schnell bewegt, wird einem warm. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn man sich einfach zu einer Kugel zusammenzieht, am besten mit ein paar anderen Leuten zusammen und sich gar nicht bewegt, dann bildet sich zwischen den Menschen so ein kleiner, lauwarmer Film und der hält einen warm. Wo überall auf dieser Welt oder genauer gesagt auf welchen Meeren oder auf den Meeren der Welt wird gebohrt? Ja, wenn sie sich rein aufs Meer beziehen, dann ist die Nordsee natürlich ein traditioneller Platz, der aber schon seine besten Zeiten hinter sich hat. Warum? Weil da schon in den 80er Jahren das Fördermaximum überschritten worden ist. Das ist also praktisch ein Auslaufmodell, die Nordsee. Und neue Gebiete oder bleiben wir erstmal da, wo viel gebohrt wird. Im Golf von Thailand sind viele Boa-Inseln. Im Golf von Mexiko natürlich Tausende. Also da ist viel los. Und wenn man jetzt weiter nochmal in die Tiefsee guckt, wo noch die Lagerstätten sind, die man bisher noch in Ruhe gelassen hat, die also noch frisch sind, dann sind da die Plätze, wo sich viel abspielt, vor Brasilien, vor Afrika, Westküster Afrika und natürlich auch die Tiefsee vom Golf von Mexiko. Wie tief geht es dann runter oder wie tief kann man überhaupt runtergehen mit den Bohrungen? Naja, die tiefsten Landbohrungen sind so 12 Kilometer tief. Man bohrt heute auch viele Bohrungen, die sind sogar 13 Kilometer lang, sage ich mal. Die gehen aber nicht mehr senkrecht runter, sondern bohren von Land aus unterm Meer lang. Und in der Tiefsee, der Begriff Tiefsee, der verschiebt sich immer weiter. Plus minus 1000 Meter. Ja, ungefähr alles, was tiefer als 1000 Meter ist, ist auf jeden Fall Tiefsee. Da ist noch einiges zu holen. Man hat aber auch schon Bohrungen gebohrt, die in 6000 Meter Wassertiefe einfach gewesen sind. Das heißt, erstmal muss man sechs Kilometer tief runtergehen, bis der Bohrer überhaupt auf dem Meeresboden aufsetzt. Kann man davon ausgehen, dass je tiefer man bohrt, desto gefährlicher und risikoreicher dieses dann auch ist? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ab einer bestimmten Wassertiefe kann man beispielsweise keine Taucher mehr einsetzen. Alles, was über 200 Meter tief ist, das geht nur noch mit Robotern. Das ist also schon eine gewisse Erschwernis. Und dann kommt in der Tiefsee noch dazu, wenn man zum Beispiel über einen Kilometer tief bohrt oder noch tiefer, dann können sich da unten Gashydrate bilden. Also wenn da das Gas mit dem Wasser in Verbindung kommt, dann bildet sich so eine eisähnliche Substanz. Und die setzt zum Beispiel Absaugglocken und ähnliche Geräte in Nullkommanichts zu. Das ist dann aber erst ein Problem im Fall einer Havarie. Aber auch wenn man ganz normal Öl fördert, das Öl sitzt mit über 100 Grad Temperatur in der Lagerstätte. Und wenn es dann aus dem Meeresboden durch das kalte Wasser kommt, kühlt es sich auf Kühlschranktemperatur ab. Und da kann es natürlich passieren, dass sich da so ein paar Substanzen absetzen und den Bohrstrang auch verstopfen. Sind denn Tiefseebohrungen trotz dieser Katastrophe am Golf von Mexiko alles in allem sicher? Das ist eine schwierige Frage vor so einer Katastrophe, die zu beantworten. Ja, aber grundsätzlich bin ich eigentlich persönlich davon überzeugt, dass das beherrschbar ist, wenn man alles sorgfältig macht. Und wenn man alles wirklich so macht, wie es vorgeschrieben ist und wie man es machen sollte. Wenn sich der Mensch an die Technik hält und an die Vorschriften, dann ist es meiner Meinung nach durchaus beherrschbar. Und BP hat, was die Vorschriften angeht und was das Investieren von Geld in Sicherheitsdinge angeht, fahrlässig geschlampt? Ich weiß nicht, ob man das so in Bezug auf die Sicherheitstechnik sagen kann. Es ist natürlich alles technisch machbar, aber es kostet viel Geld. Und der Mensch neigt dazu, nur das zu machen, was vorgeschrieben ist. Und freiwillig fährt auch keiner von uns zwischendurch zum TÜV, um sein Auto inspizieren zu lassen. Kann man vielleicht im Groben so vergleichen. Aber auf jeden Fall sieht es auch aus, als hätte man Vorschriften. Also wie sind Dinge durch die Menschen zu erledigen? Da hat man sich nicht genau an das gehalten, was eigentlich gemacht werden soll. Das heißt, das Ganze ist jetzt auch eine Chance, es in Zukunft besser zu machen? Unbedingt. Und ich denke mal, im Moment sind die Leute so sensibilisiert wie seit langem nicht mehr. Und ich denke, das ist auch eine Chance. Aktuell kommt die Meldung, dass BP demnächst mit Bohrungen vor der libyschen Mittelmeerküste beginnen wird. Was halten Sie davon? Das Mittelmeer ist wiederum nicht eine richtige Tiefsee. Und da wird ja auch schon lange gebohrt. Also auch in Ägypten wird gebohrt. Das ist eigentlich nichts Spektakuläres. Das gehört ganz normal für eine Ölfirma zum normalen Geschäft. Und man kann möglicherweise sogar davon ausgehen, dass BP, was die Sicherheit angeht, momentan sehr genau guckt, dass sowas nicht wieder passiert. Ich denke, im Moment sind alle Firmen hochgradig darauf ausgerichtet, nichts verkehrt zu machen. Gucken wir uns jetzt nochmal an, was 1500 Meter unterhalb von Deepwater Horizon passiert. Also, die Entlastungsbohrungen sind wie weit gediehen bisher? Naja, die sind schon nochmal ungefähr fast vier Kilometer in den Meeresgrund vorgetrieben. Und es geht darum, die havarierte Bohrung so tief wie möglich unten anzubohren. Also richtig seitlich sich durch das Eisengehäuse, durch das Stahlrohr reinzufräsen. Und von dort aus eine schwere Bohrspülung in das Bohrloch reinzupumpen. Wie kompliziert ist das und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht? Man muss eben sehr genau navigieren. Das ist so ähnlich, man kann sich es vorstellen, als ob man im Flugzeug fliegt und unten auf der Erde in einem Garten einen 20 Zentimeter großen Gegenstand treffen will. Also zum Beispiel, ja, ein Rohr mit dem Durchmesser eines Eimers. Und da muss man schon sehr genau zielen. Man arbeitet sich aber nicht blind durch den Untergrund, sondern es gibt ja auch Messgeräte. So ein Stahlrohr im Meeresboden ist ein Fremdkörper und den kann man, vereinfacht gesagt, mit Metallsuchgeräten aufspüren. Man muss nur immer oft messen. Das heißt, der Bohrer muss ständig ausgebaut werden. Dann kommt das Messgerät rein, dann misst man, wie nah man dran ist und dann bohrt man wieder ein Stück und so weiter. So arbeitet man sich Zentimeter für Zentimeter aufs Ziel zu. Und dieses Ölfeld, wenn es klappt, wird dann bis in alle Ewigkeit dicht gemacht? Ja, wenn man es geschafft hat, den Druck von der Bohrung zu nehmen, dass oben also nichts mehr rausströmen kann, weil der ganze Kanal mit der Bohrspülung gefüllt ist, dann wird unten der Ausgang der Lagerstätte mit Zement verfüllt. Der härtet aus. Und dann ist das Öl wieder glücklich und zufrieden, tief unten in seiner Lagerstätte eingeschlossen. Wir hoffen gemeinsam, dass es so kommt. Gibt es eigentlich umgekehrt ein Worst-Case-Szenario? Inwiefern umgekehrt? Umgekehrt, dass es nicht so kommt, wie wir uns erhoffen? Ach so, wir gehen alle davon aus, dass es geht. Wenn die erste Entlastungsbohrung nicht funktionieren sollte aus irgendwelchen Gründen, dann hat man ja rechtzeitig gleich noch eine zweite Entlastungsbohrung auf den Weg gebracht. Die ist dann auch praktisch schon vor Ort und braucht nur noch wenige Meter zu bohren. Und zum dritten versucht man wahrscheinlich in den nächsten Tagen die Bohrung von oben tot zu pumpen. Das heißt, durch dieses Ventil, was da neu aufgebaut worden ist, von oben Spülung einzufüllen. Sie sind optimistisch? Ich bin optimistisch. Das war in wenigen Wochen die Meldung lesen. Es ist vorbei. Dann würde ich mich, wenn Sie gestatten, anschließen. Dankeschön. 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 Dankeschön.